15 b. Sonderbar, es gab da einen Weg. Rechts gähnte die Tiefe, in welche man hinab wollte, er führte aber links in den Felsenstock hinein und war so steil abwärts, dass man vorzug abzusteigen und die Pferde zu führen. 15. Der ungeheure, meilenlange und breite Felsenkoloss hatte einen Riss bekommen, welcher in verschiedenen Krümmungen von oben nach unten ging. Nachrollendes Steinwerk hatte diesen Riss in der Weise ausgefüllt, dass ein fester Boden gebildet worden war, dem man sich getrost anvertrauen konnte. 16. Die Pferde konnten trotz der Steilheit dieses Weges nicht stürzen, da er nicht aus glattem Gestein, sondern aus ziemlich festem Geröll bestand, welches das Ausgleiten verhinderte. 17. Je tiefer man kam, desto finsterer wurde es. Old Firehand hatte Alan Butler auf sein Pferd gesetzt und ging, sie stützend und haltend, neben demselben Heer. 18. Es war, als ob man stundenlang zur Tiefe gestiegen sei, bis plötzlich die Senkung aufhörte, der Boden sich ebnete und der Felsenriss so breit wurde, dass er einen großen Saal, aber ohne Decke bildete. 19. Hier hielt Winnetou an und sagte, »Wir sind beinahe im Tale. Hier werden wir bleiben, bis die Dunkelheit uns gestattet, an den Utas vorüberzukommen. Schafft die Pferde nach hinten, wo sie trinken können, und gebt den Gefangenen Knebel, damit sie nicht laut werden.« 20. Die Roten hatten natürlich auch abwärts steigen müssen, darum hatte man ihnen die Beine freigegeben. Nun fesselte man sie wieder und verschloss ihnen auch den Mund, um sie am Rufen zu verhindern. 21. Es herrschte tiefe Dämmerung in diesem Raume, aber die Männer, welche geübt waren, des Nachts fast wie die Katzen zu sehen, fanden sich dennoch leicht zurecht. 22. Im hinteren Teile sammelte sich die Feuchtigkeit des Felsens in einem kleinen Tümpel, aus welchem ein Wässerlein vorne abfloss. Wohin, das sah man noch nicht. 23. Winnetou nahm einige der Jäger mit sich, um ihnen die Örtlichkeit zu zeigen. Was sie sahen, setzte sie nicht wenig in Verwunderung. Vorne, wo der Saal sich wieder verengte, gab es einen Ausgang, so schmal, dass kaum zwei Männer nebeneinander gehen konnten. 24. Dieser Gang führte auch abwärts, aber nicht sehr weit. Nach einigen Krümmungen standen die Männer vor einem dichten, natürlichen Vorhang von Schlingpflanzen, unter welchem das Wasser verschwand. 25. Winnetou schob diese Gardine ein wenig zur Seite, und da sahen sie vor sich Wald, Baum an Baum, hoch und kräftig gewachsen und so dicht belaubt, dass das letzte Licht des Tages nicht durch die Wipfel zu dringen vermochte. 26. Der Apache trat hinaus, um zu rekognoszieren. Als er wieder hereinkam, meldete er, »Rechts von uns, im Norden, also talaufwärts, brennen viele Feuer unter den Bäumen. Dort lagern also die Utas. Talabwärts ist es finster. Dort hinab müssen wir. Vielleicht stehen keine Roten dort. 27. Höchstens hat man zwei oder drei Mann an den Ausgang des Hirsch-Tales gestellt. 28. Diese sind sehr leicht unschädlich zu machen. Und wir könnten also das Tal ohne große Gefahr verlassen, wenn sich nicht der rote Körnel in demselben befände. Wir müssen unbedingt erfahren, wie es um ihn steht. 29. Darum werde ich mich, sobald es noch dunkler geworden ist, zu den Feuern schleichen, um zu lauschen. 30. Bevor das geschehen ist, können wir nicht fort. Bis dahin aber müssen wir uns vollständig lautlos verhalten. Er führte die Männer wieder zurück, um nach ihnen auch den anderen die Örtlichkeit zu zeigen. Das war notwendig, da im Falle der Not und Gefahr ein jeder wissen musste, wo er sich befand und wo es einen Ausweg gab. Die Gefangenen waren sehr gut gefesselt, dennoch erhielt jeder von ihnen einen besonderen Wächter. Hatten die Weißen gestern und auch schon früher ihre Banden zu lösen vermocht, so konnte auch den Roten dasselbe gelingen. Winnetou war der Meinung gewesen, dass er allein rekognoszieren gehen werde, dem stimmten aber weder Old Shatterhand noch Old Firehand bei. Das Unternehmen war hier so gefährlich, dass ein einzelner Leich nicht wiederkehrte, und dann wusste man nicht, was ihm geschehen war und auf welche Weise man ihm Hilfe bringen konnte. Darum wollten die Genannten mit ihm gehen. Nachdem man fast zwei Stunden gewartet hatte, brachen die drei auf. Sie schlichen hinaus in den Wald und blieben da zunächst stehen, um zu lauschen, ob sich vielleicht jemand in ihrer Nähe befinde. Es war nichts zu sehen und zu hören. Die Feuer brannten in ziemlicher Ferne. Es waren ihrer sehr viele. Aus dieser Anzahl ließ sich schließen, dass eine ganz ungewöhnliche Menge Uthas hier lagerten. Die drei schlichen nun vorwärts, von Baum zu Baum, Winnetou voran. Je weiter sie sich dem Feuer näherten, desto leichter wurde ihnen die Lösung ihrer Aufgabe, denn gegen die Flammen blickend konnten sie jeden Gegenstand sehen, welcher vor ihnen stand oder lag. Sie bewegten sich am linken Rande des Tales. Die Feuer lagen mehr gegen die Mitte. Vielleicht hatten die Roten der Felswand nicht getraut. Dass ich von derselben leicht ein Stück lösen konnte, bewiesen die Trümmer, welche Bäume zerschmetternd herniedergestürzt waren und sich tief in die Erde hineingewühlt hatten. Die drei Männer kamen rasch vorwärts. Schon befanden sie sich parallel den vordersten Feuern. Links von ihnen und noch weiter zurück brannte eine sehr helle, hohe Flamme abgesondert von den anderen. An derselben saßen fünf Häuptlinge, wie aus den Adlerfedern, welche ihre Schöpfe schmückten, zu erkennen waren. Eben erhob sich einer von ihnen. Er hatte den Kriegsmantel abgeworfen. Sein nackter Oberleib war, wie Gesicht und Arme, mit dicker, grellgelber Farbe bestrichen. »Tabwagare«, »gelbe Sonne«, flüsterte Winnetou, »er ist der Häuptling der kapute Utas und besitzt die Stärke eines Bären. Seht seinen Leib, welch dicke, starke Muskeln und welch eine breite Brust.« Der Uter winkte einem zweiten Häuptlinge, welcher auch aufstand. Dieser war länger als der vorige und wohl nicht weniger stark. »Das ist zu in Kutz, vier Büffel«, erklärte Old Shatterhand. »Er trägt diesen Namen, weil er einst vier Büffelstiere mit vier Pfeilschüssen getötet hat.« Die beiden Häuptlinge wechselten einige Worte miteinander und entfernten sich dann vom Feuer. Vielleicht wollten sie Wachen inspizieren. Sie vermieden die anderen Feuer und näherten sich infolgedessen mehr in der Felsenwand. »Ah«, meinte Old Shatterhand, »sie kommen hier nahe vorüber. Was meinst du, Firehand, wollen wir sie nehmen?« »Bei lebendigem Leibe?« »Natürlich. Das wäre ein Kuh. »Schnell nieder auf die Erde, du den ersten und ich den zweiten.« Die beiden Uters kamen näher. Der eine ging hinter dem anderen. Da tauchten plötzlich zwei Gestalten hinter ihnen auf, zwei gewaltige Fausthiebe, und die Getroffenen stürzten zu Boden. »Gut so«, flüsterte Old Shatterhand, »die haben wir. Nun schnell in unser Versteck mit ihnen.« Jeder nahm den seinigen auf. Winnetou erhielt die Weisung zu warten, und dann eilten die beiden dem verborgenen Felsensaale zu. Dort lieferten sie die neuen Gefangenen ab, ließen sie binden und knebeln und kehrten dann zu Winnetou zurück, nicht aber ohne zuvor den Befehl zu geben, dass keiner der Gefährten das Versteck verlassen dürfe, bevor sie zurückgekehrt seien, möge auch geschehen, was da wolle. Winnetou stand noch an derselben Stelle. Es war jetzt weniger nötig, die drei Häuptlinge zu belauschen, als vielmehr den Ort ausfindig zu machen, an welchem sich der rote Körnel mit seiner Sippe befand. Um zu diesen Zielen zu gelangen, musste das ganze Lager umschlichen werden. Die drei kühnen Männer schritten also immer weiter an der Felsenwand hin, die Feuer alle zu ihrer linken lassend. Nach dieser Seite hin konnten sie gut sehen. Nach vorne war es dunkel. Da galt es, vorsichtig zu sein. Wo das Auge nicht ausreichte, musste die tastende Hand gebraucht werden. Winnetou huschte wie gewöhnlich voran. Plötzlich blieb er stehen und ließ ein fast zu lautes, erschrockenes Uff hören. Die anderen beiden hielten ihre Schritte auch an und lauschten gespannt. Als alles ruhig blieb, fragte Old Shatterhand leise, »Was gibt es?« »Ein Mensch,« antwortete der Apache. »Wo?« »Hier, bei mir, vor mir, in meiner Hand. Halte ihn fest, lass ihn nicht schreien.« »Nein, er kann nicht schreien, er ist tot.« »So hast du ihn erdrosselt.« »Er war schon tot, er hängt an dem Pfale.« »Herr Gott, wohl am Marta Pfale?« »Ja, sein Skalb fehlt, sein Leib ist voller Wunden. Er ist kalt, und meine Hände sind nass vom Blute.« »So sind die Weißen schon tot, und hier ist der Marta Platz. Suchen wir einmal.« Sie tasteten um sich und fanden binnen zehn Minuten gegen zwanzig schauderhaft verstümmelte Leichen, welche an Pfähle und Bäume gebunden waren. »Entsetzlich«, stöhnte Old Shatterhand. »Ich glaubte, diese Leute noch retten zu können, wenigstens vor solchen Qualen. Gewöhnlich warten die Roten bis zum nächsten Tage, hier aber haben sie sich keine Zeit gelassen.« »Und der Plan, die Zeichnung«, meinte Old Shatterhand, »die ist nun verloren.« »Noch nicht.« »Wir haben die gefangenen Häuptlinge. Vielleicht können wir diese gegen die Zeichnung austauschen.« »Wenn sie noch da und nicht etwa vernichtet ist.« »Vernichtet«, »schwerlich.« »Die Roten haben gelernt, die Wichtigkeit solcher Papiere einzusehen.« »Ein Indianer vernichtet jetzt eher alles andere als ein Papier, welches er bei einem Weißen findet, zumal, wenn es nicht bedruckt, sondern beschrieben ist. Lass dir also noch nicht bange sein. Übrigens leuchtet mir ein, aus welchem Grunde man diese Kerle hier so schnell ermordet hat. Nun, warum? Um Platz für uns zu bekommen. Unsere Ankunft ist gemeldet worden. Wir sind noch nicht da. Folglich erwartet man uns für morgen früh ganz gewiss und kommen wir da noch nicht, so sendet man Späher nach uns aus. »Die Boten, welche abgesendet wurden, um unsere Ankunft zu melden, werden da sein, die Jampa-Utas aber noch nicht«, meinte Winnetou. »Nein, sie sind noch nicht da. Es hat wohl Stunden gedauert, ehe sie es gewagt haben, unseren Rastort zu passieren und in die Felsenenge einzudringen. Vielleicht kommen sie erst morgen früh, da der letzte Teil des Weges so schlecht ist, dass er des Nachts nicht... »Horchen! Wahrhaftig! Sie kommen! Sie sind da! Oberhalb der Stelle, an welcher die drei standen, ließ sich plötzlich ein lautes, fröhliches Geschrei hören, welches von unten her sofort beantwortet wurde. Die Jampa-Utas kamen trotz der Finsternis der Nacht und trotz des schlechten Weges, welcher ihnen sehr bekannt sein musste. Das war ein Gebrüll und Geheul, dass man sich hätte die Ohren verstopfen mögen. Es wurden Brände aus den Feuern gerissen, mit denen die bereits hier Lagernden den Ankömmlingen entgegenliefen. Der Wald wurde hell und lebendig, sodass die drei in die größte Gefahr, bemerkt zu werden, gerieten. »Wir müssen fort!«, sagte Old Feierend. »Aber wohin?« »Vor und hinter uns ist alles voller Menschen.« »Auf die Bäume!«, antwortete Old Schwetterend. »In dem dichten Gezweig können wir warten, bis die Aufregung sich gelegt hat.« »Gut, also hinauf!« »Ja, Winnetou ist schon oben!« Ja, der Apache hatte gar nicht lange erst gefragt. Er schwang sich hinauf und versteckte sich im Blätterdach. Die beiden anderen folgten seinem Beispiele, indem sie die nächsten Bäume erstiegen. Es ist keine Schande, sich gegen eine solche Übermacht zu verbergen. Jetzt sah man beim Scheine der Feuer und der Fackeln die Jampa mit ihren Genossen kommen. Sie stiegen von den Pferden, welche fortgeführt wurden, und fragten, ob Winnetou und die Weißen angekommen und ergriffen worden seien. Diese Frage wurde mit der größten Verwunderung aufgenommen. Die Jampa wollten nicht glauben, dass die Genannten nicht angekommen seien, denn sie waren ja der Fährte derselben gefolgt. Es wurde hin und her gefragt, hundert Vermutungen tauchten auf, doch der wahre Sachverhalt blieb ein Rätsel. Es war für die anderen Utas eine hochwichtige Nachricht zu hören, dass Old Firehand, Old Shatterhand und Winnetou sich in der Nähe befanden. Aus den verschiedenen Ausrufungen, aus der ungeheuren Wirkung, welche diese Nachricht hervorbrachte, konnten diese drei Männer ersehen, in welch einem Rufe sie bei diesen Roten standen. Als die Jampa erfuhren, dass über 20 Weiße zu Tode gemacht hat worden seien, glaubten sie, dass es die von ihnen Gesuchten seien und verlangten, sie zu sehen. Man kam mit Fackeln herbei, um sie ihnen zu zeigen, und nun bot sich den drei im Laube Versteckten ein Anblick, welcher bei der ungewissen, flackernden Beleuchtung ein doppelt grässlicher war. Die Jampas erkannten, dass diese Leichen nicht die richtigen seien und kühlten ihre Wut auf ganz unbeschreibliche Weise an denselben. Glücklicherweise war diese Szene nicht von langer Dauer. Sie erlitt ein Ende, welches kein Uta für möglich gehalten hatte. Nämlich vom unteren Ende des Tales ertönte ein langgezogener Schrei. Ein Schrei, den niemand, der ihn einmal gehört hat, jemals wieder zu vergessen vermag, nämlich der Todesschrei eines Menschen. »Off!« rief einer der unter den Bäumen stehenden Häuptlinge erschrocken. »Was war das? Die gelbe Sonne und vier Büffel sind dort unten.« Ein zweiter, ähnlicher Schrei erscholl und dann krachten mehrere Schüsse. »Die Navajos! Die Navajos!« schrie der Häuptling. »Winnetou und Shatterhand und Firehand haben sie herbeigeholt, um sich zu rächen. Auf, ihr Krieger! Werft euch auf die Hunde! Vernichtet sie! Lasst die Pferde zurück und kämpft zu Fuße hinter den Bäumen!« Einige Augenblicke rannte alles durcheinander. Man holte die Waffen, man warf Holz in die Feuer, um das nötige Licht zum Kampfe zu bekommen. Man rief und brüllte. Der Wald hallte wieder vom Kriegsgeheul. Schüsse krachten näher und immer näher. Fremde dunkle Gestalten huschten von Baum zu Baum und ließen ihre Gewehre blitzen. Die Utas antworteten, erst einzeln, hier und da, dann zu widerstandsfähigen Gruppen vereinigt. Es gab keinen eigentlichen allgemeinen Kampfplatz, wenn man nicht dem ganzen Tale diese Bezeichnung geben wollte, sondern um jedes Feuer entspann sich ein Kampfe im Besonderen. Ja, es waren die Navajos. Sie hatten die Utas überrumpeln wollen, hatten es aber nicht verstanden, die am Ausgange des Tales stehenden Wachen lautlos zu überwältigen. Die Todesschreie derselben hatten Alarm gemacht und nun galt es, Mann gegen Mann zu kämpfen und nicht der Überraschung, sondern der Tapferkeit und Überzahl, die Entscheidung zu überlassen. Der rote Mann greift am liebsten gegen Morgen an, wo der Schlaf, wenigstens bei den dortigen Verhältnissen, bekanntlich am tiefsten ist. Warum die Navajos von dieser Regel abwichen, war schwer zu ersehen. Vielleicht hatten sie geglaubt, unbemerkt eindringen und dann, die von den Feuern beschehenen Feinde, schnell niederschießen zu können. Als das nicht gelungen war, hatte ihre Tapferkeit ihnen nicht gestattet, zurückzuweichen. Sie waren dennoch vorgedrungen und kämpften nun mit viel Verlust. Es stellte sich heraus, dass die Utas in der Überzahl waren. Überdies kannten sie das Terrain besser als die Feinde und so wurden diese, obgleich sie sich außerordentlich wacker hielten, nach und nach zurückgedrängt. Mann kämpfte aus der Ferne und in der Nähe, mit der Schießwaffe und mit Messer oder Tomahawk. Es war für die drei verborgenen Zuschauer eine höchst aufregende Szene, Wilde gegen Wilde, in der wildesten Manier. Hier kämpften zwei unter brutalstem Geheule, dort schlachteten sich einige in teuflischer Lautlosigkeit ab. Wo einer fiel, war sofort der Sieger über ihn her, um ihm den Skalp zu nehmen, vielleicht um in dem nächsten Augenblicke seinen eigenen zu verlieren. Von den drei Häuptlingen, welche noch am Feuer gesessen hatten, kämpften zwei eigenhändig mit, um die Ehrigen durch ihr Beispiel anzufeuern. Der dritte lehnte in der Nähe des Feuers an einen Baume, verfolgte den Verlauf des Kampfes mit scharfem Blicke und erteilte nach rechts und links seine laut gebrüllten Befehle. Er war der Feldherr, bei welchem die Fäden der Verteidigung sich vereinigten. Selbst als die Navajos weiter und weiter zurückgedrängt wurden, blieb er stehen, ohne mit zu avancieren. Er wollte seinem Platze stolz treu bleiben und überließ den anderen Häuptlingen die Leitung der Verfolgung der Feinde. Der Kampf entfernte sich mehr und mehr. Jetzt war es für die drei unfreiwilligen Zeugen Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Der Weg nach ihrem Asyle war frei. Später, falls der Kampf vielleicht eine Gegenrichtung nahm oder wenn die Utas als Sieger zurückkehrten, war es wohl unmöglich, unbemerkt nach dem Verstecke zu gelangen. Winnetou stieg vom Baume, die beiden anderen sahen es trotz der Dunkelheit und kamen auch herab. Noch immer stand der Häuptling an seiner Stelle. Das Getöse des Kampfes erscholl aus weiter Ferne. Jetzt zurück, sagte Winnetou. Später werden Freudenfeuer angebrannt und dann ist zu spät für uns. Nehmen wir diesen Häuptling mit? fragte Old Shatterhand. Ja, wir werden ihn leicht ergreifen, denn er ist allein. Ich will mich zu... Er hielt inne und was er sah, das war auch ganz geeignet, ihn in das größte Erstaunen zu versetzen und ihm die Worte im Munde stecken bleiben zu lassen. Es kam nämlich aus dem Dunkel schnell wieder Blitz, ein kleines, schmächtiges, hinkendes Kerlchen gesprungen, schwang die Flinte und schlug den Häuptling mit einem wohlgezielten Kolbenhiebe zu Boden. Dann ergriff er den Roten beim Genick und zerrte ihn schnell fort in das Dunkel hinein. Dabei hörte man die nicht sehr lauten, aber dennoch verständlichen Worte aus seinem Munde. Was Old Shatterhand und Old Freyhand kann, das können und verstehen wir Sachsen auch meistenteils. Der Hobbelfrank, meinte Old Shatterhand erstaunt. Ja, der Frank, stimmte Old Freyhand ein, das Kerlchen ist verrückt. Wir müssen ihm schleunigst nach, damit er keine Dummheit macht. Verrückt? Gewiss nicht. Ein possierlicher Knirps ist er, das ist wahr. Aber das Herz hat er gerade da, wo es hingehört und leichtsinnig ist er gar nicht. Ich habe ihn in die Schule genommen und kann sagen, dass ich meine Freude an ihm habe. Dennoch aber wollen wir ihm nach, da sein Weg auch der unsrige ist. Sie eilten fort hinter dem kleinen Heer in das Dunkel hinein. Schon hatten sie den Eingang zum Verstecke fast erreicht, da fiel gerade vor ihnen ein Schuss. Ein Roter ist auf ihn getroffen. Schnell drauf, auf! Wollte Old Shatterhand sagen, aber er schwieg, denn es ertönte in die lachende Stimme des kleinen Domkopf, so pass doch auf, wo du hinziehst. Wennst du mich treffen willst, darfst du doch nicht in den Mond schießen. Du hast dein Teel und nun gute Nacht. Ein Krach, wie von einem schweren Hiebe, dann war es still. Die drei drangen vor und stießen auf den Kleinen. Zurückgebote, hier wird geschossen und gestochen. Halt, schieße nicht, warnte Old Shatterhand. Was hast du denn hier zu suchen? Zersuchen? Nichts und gar nicht. Ich brauche nicht zersuchen, denn ich habe sie ja schon bis zum doppelten Fittling gebracht. Danken Sie Gott, dass Sie den Mund geöffnet haben. Hätte ich sie nicht an ihrer Konglomeraten Stimme erkannt, meiner Treu, ich hätte sie kurz und klein geschossen. Ich habe zwei Kugeln in der Büchse, was bei meiner Geistesgegenwart und Konsubstanz für wahr keinen Spaß nicht ist. Ich warne Sie allen Ernstes, sich nicht wieder so blindlings erstens in die Gefahr und zweetens mir entgegenzustürzen, denn sonst werden sie drittens wie der Wind zu ihren Vätern und Patriarchen versammelt. Die beiden weißen Jäger mussten trotz des Ernstes der gegenwärtigen Situation über diese Strafrede lachen. Es war augenblicklich kein Feind in der Nähe und so konnte sich Old Shatterhand ohne Besorgnis erkundigen. Aber wer hat dir denn die Erlaubnis gegeben, das Versteck zu verlassen? Erlaubnis? Mir hätte kein Mensch was zu erlauben. Ich bin mein eigener Herr und für die Iskomis Besitzer. Nur die Sorge um sie hat mir den Kroß umgeschnallt. Kaum waren sie fort, so ging ihnen geschrei los, als ob die Zimbern mitten in die Teutonen eingebrochen wären. Das wäre noch auszuhalten gewesen, denn meine Nerven sind mit Teer und Fischstrahl eingerieben. Aber nachher ging das Geschieße los und es wurde mir um sie Angst und Bange. Mein kindliches Gemüt hängt mit väterlicher Anhänglichkeit an ihrer seelischen Daseinsexistenz und ich kann es mir unmöglich ruhig gefallen lassen, wenn sie von den Roten um ein schönes Leben gebracht werden. Darum nahm ich das Gewehr und huschte fort, ohne dass die anderen es in der ägyptischen Verfinsterung bemerkten. Links wurde geschossen, nach rechts hatten sie gewollt, ich ging also nach rechts. Da stand der Häuptling am Bome wie ein marinierter Ölgötze. Das ärgerte mich und so versetzte ich ihm in einen vertikalen Klaps, dass er horizontal zu Boden kam. Natürlich wollte ich ihn schnell in sukzessive Sicherheit bringen und zerrte ihn fort, aber er war mir doch zu schwer und ich setzte mich in Wäldchen auf sein Corpus Juris, um ein bisschen auszuruhen. Da kam so ein roter Franck Thireur geschlichen und sah mich gegen das Licht. Er legte die Flinte an, ich schlug sie zur Seite und seine Kugel flog in die Milchstraße empor. Ich aber setzte mich mit Hilfe meines Kolbens mit ihm in solche Konfektion, dass er neben dem Häuptlinge niederknickte. Dann legen die beiden Kerle da, ganz ohne Sinn und Verstand und wissen nicht, woran sie denken sollen. Es ist doch ein Malheur auf dieser Welt. Dann sei froh, dass es kein größeres Unglück gegeben hat. Wenn du eher kamst, warst du verloren. Haben sie keine Sorge, der Hobbelfrank kommt niemals eher, als bis er den Sieg in beiden Händen hat. Was soll man nun mit den Kerz geschehen? Ich alleine kann sie nicht bewältigen. Wir werden dir helfen, jetzt drasch hinein, da unten hat das Schießen aufgehört und es steht zu erwarten, dass die Utas nun zurückkehren. Die beiden besinnungslosen Indianer wurden in das Versteck gebracht und ebenso gebunden und geknebelt wie die anderen. Dann postierte sich Winnetou mit Old Firehand an den Vorhang, um die Vorgänge draußen zu beobachten. Ja, die Utas kehrten zurück, und zwar als Sieger. Es wurde eine doppelte Anzahl Feuer angebrannt, mit deren brennten man den Wald nach den Toten und Verwundeten durchsuchte. Die Navajos hatten die Irigen mitgenommen, wie es bei den Indianern Sitte ist. Bei jedem Toten, den man fand, erhob sich ein Klage und Wutgeheulen. Die Leichen wurden zusammengetragen, um ehrenvoll begraben zu werden. Man vermisste mehrere Personen, welche gefangen sein mussten. Unter diesen dachte man sich auch die drei Häuptlinge, welche verschwunden waren, ohne dass eine Spur von ihnen zu finden war. Bei dieser Entdeckung halte der Wald wieder vom Gebrüll der ergrimmten Krieger. Die zwei noch übrigen Anführer riefen die hervorragenden Krieger zu einer Beratung, bei welcher laute, zornige Reden gehalten wurden. Das brachte Winnetou auf den Gedanken, sich hinaus zu schleichen, um vielleicht zu erfahren, was die Utas beschließen würden. Dies wurde ihm gar nicht schwer. Die Roten waren überzeugt, ganz allein zu sein und hielten also jede Vorsicht für überflüssig. Die zurückgeschlagenen Navajos kamen gewiss nicht wieder und wenn dies auch geschah, so waren unten am Ausgange des Tales Wachen aufgestellt. Dass sich mitten im Tale noch viel gefährlichere Feinde als die Navajos befanden, davon hatte man ja keine Ahnung. So hörte Winnetou also alles, was vorgenommen werden sollte.